moin und herzlich willkommen zu diesem kleinen guide es wurde angefragt ob ich mal zeigen kann wie man denn swtor in eine andere sprache umstellt und naja das ist relativ simpel deswegen ein ganz kleines video dazu das ganze funktioniert folgendermaßen wir gehen einfach in den launcher rein das heißt wir loggen uns nicht ein sondern bleiben hier erst mal unten links finden wir so ein kleines zahnrad hier so eine kleine schaltfläche ganz unscheinbar da müssen wir darauf klicken und dann kommen wir in die einstellungen und da können wir hier ganz oben direkt die sprache auswählen und das war es im endeffekt auch schon wir wählen aus englisch deutsch und französisch ich hatte es jetzt auf deutsch das heißt ich stelle es jetzt auf englisch um das zweite was wir hier machen können ist ein test server zugang ermöglichen das heißt ab und zu gibt es ja für die neuen patches einen test server und wenn dieser online ist dann kann man hier sozusagen ja eintragen dann lädt er den runter und man kann sich auf diesem test server einloggen und kann eben gucken wie die neuen inhalte denn so funktionieren und aussehen gibt es momentan nicht deswegen brauchen wir das jetzt noch nicht machen aber hier oben die sprache einstellungen dann klicken wir einfach auf speichern und wir sehen schon das ganze ist auf englisch umgesprungen das heißt wir haben direkt den englischen launcher und nicht nur den englischen launcher sondern auch das englische spiel dahinter es kann aber folgendes passieren wenn ihr jetzt eine ganze weile auf deutsch gespielt habt dann kann es durchaus passieren dass ihr euch einloggt das machen wir jetzt mal und dann passiert einfach folgendes er fängt an ein patch runter zu laden obwohl es aktuell gar kein patch gibt und den zu installieren das liegt daran dass ihr sozusagen die ganze zeit auf deutsch gespielt habt und er jetzt noch die englischen sound dateien die englischen texte in den quests zum beispiel alles sowas muss er noch runterladen das hat er nicht das heißt es kann gut sein dass er da die letzten patches aus dem vergangenen jahr oder sowas alles noch runterladen muss weil er hat irgendwann mal das so eingestellt glaube ich dass die großen updates immer auch für alle sprachen gleichzeitig runtergeladen werden aber diese ganzen kleinen muss man lädt man praktisch nur die ausgewählte sprache runter und das kann natürlich sein dass sie dann 55 und 54 und 53 alle patches noch mal auf deutsch oder auf englisch runterladen muss weil die die halt noch nicht vorhanden habt deswegen müsste das so rum machen wird dann vielleicht einen kleinen abblick dauern aber dann klickt ihr einfach auf play und damit geht's los ja das war es dann auch mit dem video ganz kleine sache bloß aber ich denke mal hat seinen zweck erfüllt in diesem sinne bedanke ich mich fürs zuschauen wünsche euch viel spaß vielleicht dies meine anderen sprache mein name ist theodor lor und ich bin aus tschüss